die ich mir ausgesucht habe die sind auch nicht und brunnen würdest du sehen nein nein ich bin ich bin schon noch vier fünf meter weg von der mauer ich stehe in so einer tanne halt ich sehe das loch von der mauer mehr nicht wenn er jetzt halt an der mauer dran ist und guckt ich mich jetzt hier raus bewege dann sieht er mich auf jeden fall ja keine ahnung ich weiß mir was du einsiehst ich sehe jetzt auch nicht viel ein mache ich den schritt ran oder beobachte ich weiter fakt ist dass wenn einer raus rein thema ihn oder dann können wir hier eigentlich auch entschuldigen machen und jetzt einfach warten bis die auskommst du denn ich sehe eigentlich nur den hinterausgang und den seitenausgang wo das gitter ist also da wo sie hergekommen sind richtung jail den ausgang sie rennen raus richtung dich baller wenn seine richtung hast du geballert oder ja 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 die schauen jetzt gleich in meine richtung und verteilen sich ich komme hier an von dir aus gesehen rechten seite bin an der mauer einer ist da und einer ist da und einer ist da und der andere habe ich verloren ich sehe den anderen ich sehe den auch ich bin gleich hinter ihm bin ich bin ich bin ich bin ich was ist ey komm beleib dich mal wieder warum denn ankommen alter du kannst dir das zeug nehmen man kommen wir waren gerade zu zweit alter ganze leute ganze zeug nehmen ist kein ding aber wir waren gerade wir wollten uns zu dritt treffen zu dritt ja bleib mal läscher bleib mal läscher ist dein mate down der hat nur einen dritten der hat nur einen dritten guck mal ich hatte irgendwo epi pen oder so du kannst dich doch wiederbeleben du kannst dir doch die long range und alles mach 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 ich trau den nicht ich trau den leider nicht erst mal die waffe raus hier ich trau den nicht alter wer lädt denn hier nach? ich irgendwie bug mäßig mach du mach du mach du komm mach hin bevor der jetzt rauf geht der ist bandagiert da passiert gar nichts chill doch mal alter jetzt bleib mal cool alter wir holen dich schon bleib mal cool jetzt wir haben dich schon lange bandagiert wir sind keine noobs doch warte jetzt die mosin muss ich nur noch weglegen und dann wird er meine waffe nehmen ich denke ich denke ich passt schon passt schon mach 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 lass dir zeit in seine knaren sind jetzt bissl verteilt hier in den bäumen also da kommt er eh nicht mehr ran jetzt normale waffe schnell wieder und ja mach er hat gesagt die waren zu dritt nicht dass da jetzt der andere typ kommt nicht dass da jetzt der andere typ kommt ist halt schon ein bisschen risky hier weißt du das ist ein voller server airfield weißt du und wir machen hier eh 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 air stacks ich glaube ich hatte irgendwo auch ein epi pack drin damit könnte er mich auch wieder wir haben welche passt schon du hast schon einen drin du hast schon einen du müsstest eigentlich widerstehen aber du müsstest eigentlich widerstehen aber drück ihm nochmal einen ich hab noch welche ich auch drück dir ins warte drück dir ins warte saline back hast du da noch einen ja ich will dass der uns sieht alter das funktioniert wahrscheinlich nur mit bluttransfusionen jetzt ja kriegste ja kriegste zumindest in saline zumindest in saline ey da habt ihr aber auch auf uns geballert ey wir beobachten wir beobachten leg die waffe weg leg sofort die waffe weg ja ja alles gut wir beobachten euch schon seit 20 minuten alter wenn wer so öffentlich oben auf der auf der feuerwache rumsteht der gehört einfach niedergeballert hier auf dem airfield ganz ehrlich alles gut ja ok hahaha ja das ist ehrlich wir haben unten noch die türen noch gemacht wir haben unten noch die türen noch gemacht dass wir auch noch mal das Dachkonto liegen ja und du? was willst du nur? ja doch halt jetzt alter bildschwarz schwarzweiß du kannst ja doch einen saline haben wenn du willst ja ja wenn du das nicht brauchst weine doch mein mate macht schon eigentlich sind wir auch gar nicht scharf auf deinem Hut ich hole dir die Stöcke und so bin ich ganz ehrlich naja ich hab ja auch nichts wirkliches ja passiert ist natürlich jetzt ärgerlich dass der da drauf gegangen ist wir wollten nämlich grad wieder nach Ciano oder so ja aber du weißt selber airfield und military base sind eigentlich ja pvp-zonen da ist scheißegal wie der Server heißt ob der friendly heißt oder pvp heißt geschossen wird hier oben ja ne ist schon klar ich kann das ja ich kann eh nicht aus verstehe ich nicht hast du ne akt zufällig was hab ich? ne akt zufällig ja ganz schöne sogar lol jetzt ist der Splint weg ach lol äh ich muss irgendwann auf dem Busch sein vielleicht kannst du den Markt äh mein... bleib mal liegen bleib mal liegen mein mate macht schon guck mal wir sind vom Fach Mensch der ist ja so... der ist sehr sympathisch ja er hat als erstes geballert haha haha selber noch sympathisch ja ein bisschen ein bisschen safen dass du es irgendwo hinlegst ne ist geheilt ne ist geheilt ok jetzt ist er nicht mehr sympathisch mein Kumpel macht der Gewohnheit macht der Gewohnheit ne wir wollten eigentlich euer Loot eigentlich gar nicht ne wir haben alles was wir brauchen wir haben euch bloß gesehen auf der Feuerwehrwache und dann haben wir uns halt gedacht ja die gehören uns würde ich sagen ne verstehe ich ja jetzt sehr lustig wo ab dann die M4 oder die Kalaschnikow her also nur gefunden ja 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 gefunden ja gefunden gefunden wo ich such mal den seine Mosin die kann er sich irgendwo wieder abholen wenn ich sie finde ja in jeder Brack eigentlich spawnen die ich muss halt... ich muss halt lange suchen in den Hieb brauchst du noch was zu essen oder hast du noch... ne... alle ich hab die Waffe so gut verscharrt ich hätte sie dem wiedergegeben weil der so nett ist aber... ich find's nur noch... was er auch... Spieler Sache war... oh man... was brauchst du denn noch? die M4 kann er doch haben du hast doch zwei Waffen ja... du hast doch zwei Waffen hast du was zum verbinden? hast du noch die M4 für ihn? wo ist denn jetzt die Mosin ey... oh man... warte mal... die liegt sie doch oder? ne... warte mal... wo ist denn jetzt deine zweite Waffe oder was ist denn los? warte mal... warte mal... komm mal her... ich hab heute einen richtig guten Tag aus der Reihen, wa? echt jetzt? ja... das ist ne Rarität alter... die hab ich gestern gefunden was heißt gefunden? ja... brauchen wir nicht drüber reden, oder? ja... so hin nicht, wa? ja... ne, die kannst du dir nehmen und äh... gut ist wo ist denn die jetzt? hat er die schon? ja... mehr oder weniger tschau tschau ich... ich würde dich gern nochmal kennenlernen wollen unter anderen Umständen tschau es geht wohl nicht tschau 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 ey war das nice ey das war cool tschau 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 komm ich droppe ihm jetzt nochmal nicht passt nein, hör auf wo ist jetzt die Mosin von dem alter? ich will die jetzt wo hast du die hingelegt? Ja, schön in die Büsche ran, dass er sie nicht findet.